Und damit Willkommen zu Star Wars Battlefront 2 Multiplayer Oh Gott, so geht das, so geht leicht, oder? Egal, Willkommen zu einer kleinen Multiplayer-Runde hier in Star Wars Battlefront 2 Ich habe sie mir kurz auf den PC geholt, damit wir es auch mal ein bisschen online spielen können Ich habe ja davor die Kampagne gespielt Und jetzt bist du online hier spielen? Oh, hier schleiche ich mich an, warte Der Shotgang raus Oh, hol' meinen ersten Kill Oha Chuchu Bellis, Alter, wie das direkt hier so abgeht So, du wirst direkt hier reingeworfen Uh, wir können so einen anderen Soldat auswählen Hier, wir nehmen den hier Das ist dieser Deck-and-Fly-Now-Typ Ihr kennt doch dieses Meme Also ich hoffe, ihr habt alle Star Wars geguckt Sonst ist euer Leben jetzt zu Ende Oh Gott, oh Gott Nice, direkt hier mal den abgeholt Boah, das Game macht so Bock, Alter, es macht so Bock Und dieses Star Wars-Fly-Now-Typ So Leute, push, 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 push Habe ich gerade Palpatine gehört? Da ist Palpatine Wo Palpatine? Geil Und Kylo Ren ist auch hier Look at this guy Oh mein Gott Die sind ja alle cool Ah, der ist er Ja, töte ihn Kylo Ja Es sind so viele Und direkt hier mal eine Granate reinwerfen Kylo hilft uns ein bisschen Aber hier unten saß ein Lächel Nice Das hat wohl nicht so geklappt Aber wir haben genug Punkte für meinen anderen Charakter Nein, verfügbar in Oh, ich will Palpatine Das wird die Angelegenheit rasch beenden Ey, sogar mit dem gleichen Voice-Actor Also mit der gleichen Synchronspräche Palpatine Ja Erlebe die Macht der Dunkelheit Oh Gott, oh Gott, oh Gott Und zu Ja, den kriegen wir Oder? Oder auch nicht Digga Palpatine ist es dein Ernst Du bist wegen so einer Lusche gestorben Aber warum sehe ich denn jetzt hier nicht Dingens Die Die Gegner Naja Okay Leute, dann werde ich aber kurz ein neues Match suchen Weil Ich wusste jetzt nicht, dass das hier ein Koop Eine Koop-Mission ist Also bis gleich Okay, wir spielen jetzt in ganz anderen Modus Das heißt, es ist Überleben Ja, ähm Und wir sind Klontrooper und Klontrooper, äh Die ganz normalen Imperialen Trooper und Wir müssen überleben, während hier Die Evox rumlaufen Okay Bis zur Extraktion überleben Der ist es gruselig Nein, mein Licht ist aus Hier ist so Warnlicht So Bisschen blinken Für so Warnsignal Ich brauch Hilfe Warnsignal Irgendwas gehört Ich komme hier gar nicht mehr voran Äh Hallo Oh Gott, oh Gott, ich hab Angst Hier oben vielleicht Was sind denn alle Ah Ein Evox Oh Gott, oh Gott Diese Viecher Hinter mir Hinter mir Hinter mir Hinter mir Au Diese Glüh Äh Diese Glühdinger Sie machen meinen Kopf Kaputt Au, au, au Nein, ich bin noch gestorben Jetzt sind wir, glaube ich, auch ein Evox Genau, jetzt sind wir auch ein Evox Ja, hallo, ich bin ein Evox Okay Jetzt sind nur unsere Fähigkeiten Ich kurz zuhören Äh, Vistis Sack Der Evox Würflein Ein Sack voller Vistis Diese auf dem Waldmond Endor Heimische Feuergeist Störenden Gegner In ihrer Nähe Okay, das haben wir schon gesehen Eger Instinkt Der Evox nutzt seine Angeborenen Instinkte Um Schwächte Gegner aufzuspüren Und zu Isolieren Die Evox Bläst in ein Traditionelles Horn Und das In Inspiriert Erhält Vorzeitig Schadenswiderstand Okay Das klingt echt geil Let's go Oh, hi Ich hab einen Kollegen gefunden Okay Suchen wir gemeinsam Da hinten Da hinten passiert was Tschö, tschö, tschö Wer erwartet Leute Los, weiter, weiter, weiter Nein Ich dachte so ein Hinterhalten Machen wir Wir haben gewonnen Sieg Nein Die Musik, Alter Die Musik, Alter Die Musik, Alter Dudududududududududududududududududududududududududududududu Warte, warte, warte Heute Werden Die Klone Fallen Ja Was, Drogen? Ich hab irgendwas mit Drogen verstanden Nein, Spaß das geht hier mit den droiden aber wie cool ich hab so ein skin drauf ist das überbelichtet kam nur auch immer so überbelichtet 3000 granaten die fresse spannt euch leute so hat den da hinten mal weggeknallt nein 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 die granate ist ekehaft ich wurde irgendwie so weggekickt von denen die geilen sprüche von den droiden klonen was war einfach legende musste man auch angucken und ich muss euch jetzt töten wo mein aim ist aber richtig scheiße mit dieser shotgun wir können die druideka spielen ich will ich will den sound von dem geschossen das ist so geil rein mit euch ich muss auch noch reinkommen bewegt er sich klar marschig an solo aber das ist der vom vom film vom han solo film das ist der junge oh gott ich kann mich kaum bewegen man muss schon sagen grafistisches spiel echt geil oh gott von was wurde ich dir jetzt abgeschossen wo da oben das schiff müssen jetzt wegballern los weiter au au ich komme auf einen laser okay der ist tot ich bin jetzt der druide und ich würde euch alle ausschalten mohaha nicht weg rennen ja der grüße portritte das ist gut das ist gut oder hinten ist glaube ich ein sniper hier darf ich gar nicht mehr hin ja tschi 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 oh oh warte alles gut ich bin noch am leben oh fuck man der ist ja mir die ganze zeit gefolgt der typ nennt sich der 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 gut leute aber dann will ich jetzt hier erstmal den part beenden vielleicht lade ich mal noch mehr von welche von zwei hoch ja haut rein das ist ja mir 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 das